So Leute, moin zusammen, ich begrüße euch zu diesem neuen Video. Herzlich willkommen und ich habe mal wieder einige, wie soll man es sagen, abstrakte Nachrichten. Ihr werdet es ahnen, es geht um die Grünen. Lasst auf jeden Fall noch ein Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt, danke dafür. Und wir legen direkt los. Die Grünen, ich habe es gerade angemerkt, es geht mal wieder um Frau Annalena Baerbock. Das ist die Dame, die von Kobolden und Kobold in Akkus, der E-Autos spricht. Und die genauso auch davon spricht, dass man doch Energie in Leitungen speichern müsste, wenn es nicht gerade benötigt wird. Also ihre Kompetenz ist schier unendlich. So kann man das ausdrücken. Das ist meine persönliche Meinung an der Stelle. Mal sehen, ob ich noch irgendwann mal hier eine Anzeige bekomme für meine persönliche Meinung. Mittlerweile bin ich auf alles eigentlich gefasst. Und so hat sie sich jetzt in einem Interview dazu geäußert. Hier bei der Welt habe ich dieses Interview vorliegen. Leute, ich versuche das Ganze irgendwie ernst rüberzubringen und auch inhaltlich so, wie sie es wiedergegeben hat. Aber man kann das einfach nicht vervollnehmen, was da für abstrakte, um nicht zu sagen Bullshit-Ideen kommen, wo man sich nur an den Kopf fassen kann. Und dann hat diese Person ihrem Leben mal wirklich irgendwo auch nur annähernd gearbeitet und weiß eigentlich, was es bedeutet, morgens früh zur Arbeit zu gehen, Angst um seinen Job zu haben, vielleicht einen Jobverlustangst zu haben. Nein, kann ich mir nicht vorstellen, glaube ich nicht, da die Dame im Staatsdienst doch etwas anderes gewöhnt ist. Ja, das Zitat oder die Überschrift wird betitelt hier in der Welt mit Grüne fordern neue Definition von Wohlstand. Und dann merkt man einfach an diesem Titel schon und jetzt gleich bei einer Aussage von ihr. Ja, gehen wir erstmal auf die Aussage. Und in diesem Satz ist so viel inhaltlicher und absoluter Nonsens vorhanden, das widert mich ehrlich gesagt einfach nur an und spiegelt meines Erachtens nach wirklich ganz klar diese reine Verbotspartei Grüne komplett wieder da. Man muss, sie versuchen ja irgendwo so eine komplette Umstrukturierung in Deutschland vorzunehmen, man muss ja unbedingt auf der grünen Welle mitschwimmen, sonst bin ich ja, hier wird ja auch dauernd als Nazi bezeichnet, so bin ich ja wieder komplett rechts und total radikal und Nazi und was weiß ich alles, was mir an den Kopf geworfen wird, nur weil ich diese Idiotie der grünen und linken Meinung nicht d'accord bin einfach, weil ich das nicht nachvollziehen kann. Sorry Leute, ich habe meinen Lebtag gearbeitet, ich arbeite seit ich 13 Jahre alt bin, habe nebenbei immer in der Firma vom Vater früher ein bisschen gearbeitet, habe Rasen bei den Nachbarn gemäht und so weiter und so fort. Während meines Studiums habe ich gearbeitet nebenbei, während meines Fachabiturs habe ich nebenbei gearbeitet und so weiter. Ich weiß, was es heißt, körperlich zu arbeiten, ich weiß, was es heißt, auch irgendwo in einem Büro zu arbeiten und ich weiß auch, was es heißt, gefeuert zu werden, weil es dem Unternehmen schlecht geht. Das habe ich auch miterlebt, bevor ich mich selbstständig gemacht habe. Und solche Ängste und solche Problematiken, tut mir leid, aber Frau Baerbock, ich empfinde das so, dass Sie so etwas in Ihrem Leben nie erfahren haben und solange Sie auch weiterhin in Ihrer schönen, gesunden Blase weiterhin leben werden als Politikerin, werden Sie das auch nie erfahren. Und das Problem ist ja auch daran, wenn so ein Politiker rausgeht nach dem Job, wir sehen das zum Beispiel an Sigmar Gabriel, der dann einen schönen, hochdotierten Position danach hat, nach seiner Politkarriere oder auch jetzt aktuell als Präsident für den VDA, Verband Deutscher Automobilunternehmen oder wie es heißt, gerade gehandelt wird und da man natürlich auch ein exorbitantes Honorar erfahren wird, das kann einfach alles nicht mehr mit so richtig zusammenhängen. Das ist Betrug am Volk, anders kann ich mir das nicht mehr erklären, tut mir leid. So, und auf jeden Fall gehen wir jetzt mal in die Kommentare rein. Da steht nämlich so viel Wahres zu diesen Aussagen drin. Also, Karl H., Zitat, Wenn man dieses absurde Gerede hört und sich dann die Zustimmungswerte der Partei anschaut, dann graut es einem vor der Zukunft. Genau, mein pures Empfinden. Oder dann hier weiter, Axel S., Warum erinnern mich diese Vorschläge an 1984 von Orwell? Annalena Baerbock wäre jedenfalls eine Traumsetzung für das Wahrheitsministerium. Wenn die Grünen es geschafft haben, unseren Wohlstand zu zerstören und Arbeitsplätze zu vernichten, alles nicht so schlimm. Die Arbeitslosen sind doch so reich an gewonnener Freizeit. Und das ist es halt wirklich par excellence, wie der Axel das hier schreibt. Es wird einfach nicht weitergedacht. Es wird nur einen Schritt, maximal einen zweiten Schritt weitergedacht, anstatt zu sehen, was ist das Ziel? Wo wollen wir überhaupt hin? Wir wollen nicht kurzfristig irgendwie unsere Luft hier verbessern, unsere Umwelt hier verbessern. Das muss mittel- und bis langfristig geschehen. Aber das funktioniert nicht, indem man die Menschheit, die deutsche Bevölkerung, sonst macht ja keiner bei diesem ganzen grünen Schwachsinn mit, muss man ja dazu sagen. Es kann doch nicht sein, dass wir uns so darauf fokussieren, unsere Industrie so schädigen, Automobilindustrie geht so scheiße wie noch nie in diesem Land. Wovon wollen wir denn leben? Das ist zwar schön und gut, wenn hier alles grün ist, alles toll ist, aber wenn ich dann nichts mehr auf dem Teller habe, weil ich nichts mehr verdienen kann an Geld, womit ich mir dann Nahrung kaufen kann, dann weiß ich nicht, was das alles bringt. Aber schreibt eure Meinung jetzt unten rein, ich kann da auch. Nee, schlimm. Ja, Freunde, wo wir bei absoluten Ideen und Vorschlägen sind, gehen wir hier nochmal eine Woche ungefähr zurück. Da gab es ja den Bericht, da habe ich auch ein Video darüber gemacht, dass die Deutsche Umwelthilfe, sorry, Umwelthilfe in Anführungsstrichen, hingegangen ist und hat ja eine Forderung gemacht, dass, ich glaube, es waren 67, ich weiß die Zahlen nicht mehr ganz genau, Städte auf jeden Fall ein Feuerwerksverbot erhalten sollen. Und hier als kleinen Nachtrag dazu gibt es nämlich eine Gegendarstellung vom Verband der pyrotechnischen Industrie, VPI. und die sprechen sich nämlich komplett entschieden gegen diese Darstellung der Deutschen Umwelthilfe aus, denn diese Werte, die angesetzt werden, also der in Deutschland zulässige Grenzwert liegt bei 40 Mikrogramm PM10 pro Kubikmeter im Jahresdurchschnitt und so weiter und der wird auch trotz Feuerwerk wohl nicht erreicht, wie jetzt hier dargelegt wird. Und wisst ihr, auf welcher Basis versucht eine Deutsche Umwelthilfe das? Wisst ihr, ich musste mir teilweise hier von manch kritischen Kommentaren, das ist ja auch in Ordnung, dafür ist ja YouTube mit den Kommentaren auch da, damit meine Aussagen hier auch kritisch ein bisschen hinterfragt werden, mitgedacht wird, einfach angeregt diskutiert wird. Und dafür musste ich mir das ein oder andere Mal schon wirklich eher vorwerfen, anstatt kritisch darlegen zu lassen, dass es hieß, jo Olli, du hast aber hier Deutsche Umwelthilfe kritisiert, das ist aber nicht in Ordnung, die fordert ja nur geltendes Recht ein. Sorry, aber eine Deutsche Umwelthilfe fordert kein geltendes Recht in Deutschland ein, wenn es darum geht, dass Feuerwerk verboten wird. Dafür gibt es keine Grundlage in diesem Land, wie auch dieser Artikel hier nur bestätigt. Und das ist einfach eine Sache, nee, ich komme hier aus der Nähe von Köln, Bonn in der Ecke und Eiddorf ist auch bei uns hier in der Gegend. Und in Eiddorf, wenn man die einen oder anderen von euch wissen, ist nämlich ein Werk für die Produktion von Feuerwerkskörpern. Firma Veko ist das nämlich. Und ich weiß schon, wo nämlich solche Ideen so in Schwachsinn hier hinführt, das führt nämlich nur dazu, dass Firma Veko Arbeitsplätze abbauen muss, weil nicht mehr so viel verkauft wird von der Pyrotechnik. Und das kann ja wohl nicht der sinnvollsten sein, dass man natürlich sagt und darüber mal diskutieren und überlegen muss, wird da so und so viel Feinschab oder was weiß ich ausgestoßen, müssen wir darüber diskutieren, okay, kann man machen. Im nächsten Schritt kann man darüber überlegen, ob es sein muss, dass man dieses Batteriefeuerwerk unbedingt hat, wo es nur darum geht, möglichst viel zu machen, dann lieber zwei Raketen oder irgendwie noch zwei kleine Böller, die man so wirft. Okay, kann man darüber diskutieren. Aber dieses generelle komplette Verbot, bin ich kein Freund von. Also sowas muss nicht sein. Ja, von der, gehen wir nochmal hier in unser Thema Energiepolitik. So will ich es jetzt schon bezeichnen. Und das bezeichnet die Welt hier mit dem Titel als das 70.000 Tonnen Problem der Energiewende. Und wir müssen jetzt erstmal überlegen. Also es gibt ja Windkraft in Deutschland. Das heißt, das ist ja der Ökostrom, wie man so im Volksmunde sagt. Und das heißt, es wird irgendwo auf einem Feld von einem Bauern zum Beispiel ein paar Quadratmeter reserviert und dann wird dort ein Windkraftwerk oder ein Windrad installiert, das Energie erzeugt. So, das ist ja in der Theorie schon mal gut, dass das eine vormittelalterliche Energiequelle ist, sollte jedem bekannt sein. Und dass man damit meines Erachtens nach ein Industrieland wie Deutschland nicht ausreichend mit Energie versorgen kann, hat genug die letzten Jahre schon gezeigt und bewiesen. Dass die Grünen hingehen und beschließen auch, dass Wälder abgeholzt werden, damit mehr Windkraftwerke gebaut werden können. Diese Idiotie, dieser komplette, also das ist ja total irre, also es ist einfach nur verrückt. Grüne fordern, dass Wälder abgeholzt werden, komplette Bäume und alles, soll komplett alles platt gemacht werden, damit da Windkraftwerke hingestellt werden. Dass dadurch Insekten und Vögel sterben, ist nicht bla bla bla, das ist erwiesen, das ist nachgewiesen. Und jetzt kommt nämlich das nächste Thema daran, wie werden die Dinger entsorgt, wenn sie kaputt sind, wenn sie einfach nicht mehr in der Lage dazu sind, wirklich zu arbeiten. Und da geht es dann zum Beispiel um die Rotorblätter, die nämlich hier aus sogenanntem GFK-Verbundwerkstoff hergestellt sind. Und das Ganze wird sich in den nächsten Jahren exorbitant erhöhen. So wird es nämlich im Jahr 2038, okay, sind noch ein paar Jahre hin, brauchen wir nicht drüber nachdenken. Nein, wir müssen jetzt agieren und jetzt drüber nachdenken. Dann sind es nämlich hier in der Prognose für Verbundwerkstoffe aus Glasfaser, verstärktem Kunststoff, 73.584 Tonnen, die entsorgt werden müssen dafür. Und das muss man sich mal reinziehen. Was das doch für eine Idiotie ist, dass man sagt, ja, man muss die Umwelt fördern, man muss jetzt gesunde Ökostrom hier generieren und erschaffen, aber dass man wieder zwei Schritte weiter gedacht wird, wie das Ganze dann auch mal irgendwie der Abfall der Rotorblätter entsorgt wird und wie viel das überhaupt mal werden wird im Jahr 2038 in der Spitze und auch davor sind es schon zigzehntausende Tonnen pro Jahr. Ich kann es nicht mehr nachvollziehen, echt nicht. Das sind einfach solche Hirngespinste von den Grünen, die hier so hofiert werden, die so polarisiert werden einfach und mit einem Framing in den öffentlich-rechtlichen Medien dann gesagt wird, ja, das ist ja super, das ist das Wichtigste, was es gibt. Und diese Perversion ist ja auch noch daran dann, dass wir alle hingehen sollen und sollen natürlich auch noch ein bisschen mehr für diesen Strom bezahlen, weil wir ja was Gutes für die Umwelt tun. Dass wir im Endeffekt dadurch Müll produzieren, also der in ein paar Jahren mal entsorgt werden muss, das sagt uns dann aktuell noch keiner. Glaubt mir, das wird uns dann niemand sagen, wenn es der Windkraftenergie, also der, wie heißt das, der Industrie der Windkraftindustrie in Deutschland so schlecht gehen wird, dass wir es zahlen müssen. Weil dann werden Rettungspakete gemacht für die Windkraftenergiefirmen in Deutschland, so dass wir die doch retten müssen, wie die Banken seiner Zeit, dass wir doch da alle an einem Strang ziehen müssen und dann steht die Angie garantiert immer noch da, wir schaffen das und jetzt investiert doch mal für die Umwelt, für diese Firmen und damit ist allen geholfen. Nicht! Herr Freunde, in diesem Sinne, ich danke euch recht herzlich für die Aufmerksamkeit. Abonniert gerne den Kanal kostenfrei an der Stelle, wenn ihr mich unterstützen möchtet. Könnt ihr das nämlich auch noch zusätzlich über meinen PayPal Spendenlink machen. Vielen Dank dafür, bevor YouTube mal wieder hingeht und meine Videos demontarisiert, dass da eine kleine Unterstützung kommt, würde ich mir sehr, sehr freuen. Es bleibt weiter entspannt, haut rein, bis zum nächsten Video und ciao! Bis zum nächsten Mal!